hallo leute und willkommen zurück zu minecraft ist so heute wieder nicht alleine sondern mit dem killer killer boy wie auch immer ich schon wieder vergessen killer boy AP ich weiß nicht mehr noch ich sag einfach killer oder killer boy oder killer boy AP irgendwie so irgendwas mit K und zwei L das reicht schon jetzt muss ich mal schauen ob es jetzt wieder so hängt weil jetzt wollte ich allein aufgenommen und da war's übelst oh nein geht oh jetzt bin ich schon wieder im fly mod irgendwie irgendwie dauernd fly mod ich nicht Inventory Recipe braucht man oder was brauchst du was willst du machen wo bist du ich bin weit weg ich habe nämlich eine Geheimmission während der während unseren Aufnahmen auch mal gemacht die Geheimmission bezieht sich gegen die anderen Gruppen aber dafür rüber will ich jetzt noch nichts sagen ja klar wenn's geheime ist so jetzt habe ich ein Problem so also ich freue mich leider sind heute keine andere Spieler draus dazu würde ich jetzt sagen würde ich sagen dass wir angreifen ja ich habe mich eben überlegt vielleicht baue ich wir ich will vielleicht heute den flug ich habe übrigens ein anderes Schiff gefunden wo auf der Insel auf der auf der Sandinsel ja das habe ich da hingestellt das habe ich von irgendeiner Gruppe abbeutet ich lässt so was ist denn das für ein Schiff das ist mir das habe ich mit auf dem Ozean gefunden gehabt bei meiner kleinen Geheimmission deswegen ich bin schon wieder nach Norden also es könnte noch die Aufnahme gut dauert dass ich nicht nach Hause komme ja ich gehe wieder in die Wüste und lasse dort meine Sklaven arbeiten wieso was machst du da ich baue dort Minenschächte die ganz großen was ich jetzt ich würde jetzt eigentlich heute gerne den Flugzeugträger verlegen Richtung ganz weit weg Richtung ganz weit weg ich hasse den der Server ist so zum kotzen langsam der Server kann nichts richtig verarbeiten ich fahre langsam hasse ich deine Gänge ich finde mich hier nicht zurecht wo geht es jetzt nochmal in die Wüste verdammt doch mal den ersten die ganz linke den ganz rechten Gang nehmen und dann immer schauen dass du immer weiter nach rechts komm oder da da war es oder hoffentlich ja das war da ja genau hier war es oder oder ja hop 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 ich brauche wohl ich habe noch Schiffe aber ich ich voll hunger jetzt bald nein das ist schlecht du weißt wir haben Hardboard an das heißt du stirbst wenn du wenn du ein Essen mehr hast what the fuck wo bin ich denn hier hey da ist eine Slime Insel ich habe eine Slime Insel gefunden nice und die ist aber ziemlich nah an den feindlichen Inseln ich bin ja wie kann man jetzt die karte verdecken ah nein shit ähm nicht denn noch so ich habe schon wieder was auf dem Meer entdeckt was denn ein feindliches Boot warte mal da könnte einer von den Feinden drin gewesen sein wirst du jetzt wohl zurückfahrt ja genau Wasserschaden ist aber nicht an wahrscheinlich immer noch nicht so wie ich Maxi kenne hat das jeder vergessen äh spielen wir seit schon seit Minimum zwei bist du äh hä wer ist jetzt ins Bettgang du ne bei mir hast du es ja auf gehört zu regnen ja das ist ja normal irgendwann hört es halt immer auf zu regnen ich habe noch was entdeckt was stark nach feind äh 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 anseiten war das ich habe jetzt genut oh scheiß das nun quallen ich bin schon mal vor dem Hai weggekannt da war ein Hai plötzlich und ich musste wegrennen haben wir zufällig irgendwie Creeper ähm schwarzpulver das weiß ich jetzt nicht aber schnell schon irgendwo da hätte ich jetzt ich möchte den anderen Gruppen auch noch ein herzlich äh very christmas äh äh gruß senden äh happy and good wie heißt wie sagt der Britte äh amerikaner äh nice christmas and a happy new year oder oh ich glaube ich habe es geschafft ja ich bin der Sandinsel ach du scheiße wie weit bin ich weg ja wohl also wir sind ziemlich weit außerhalb aber Team Blau ist so äh Team äh wer war das Team Blau ist so ist so zentral zwischen Team Rot und Team äh grün also zwischen denen ja wie gesagt als ich das erstmal mit Maxi geschrieben hab hat er gesagt sie fangen wahrscheinlich Krieg mit Team Blau an natürlich das hat er mir auch gesagt ja und wir fangen Krieg mit beiden an so viel sage ich jetzt schon mal also den Krieg da wir überraschen die beide und töten aber alle ach du scheiße was ich bin hier gerade oh Gott oh Gott oh Gott hört sich nicht gut an ach du scheiße ja ja genau da ist einfach ein da ist ein Zombie auf dem ZOMBIEPFELD da ist einfach ein ZOMBIEPFELD ich glaube ich werde die 20 Minuten jetzt nur durchfahren äh äh da habe ich noch scheiße da ist da ist ein ZOMBIEPFELD da ist ein ZOMBIEPFELD oh das ist der die äh seid auch glücklich äh kann das äh der ZOMBIEPFELD weiter vorne angreifen äh boah come on ich würde ja sagen wir bauen äh ich will bei mir ladet jetzt zurzeit nur die Welt alle zwei äh immer erst kurz bevor ich an die an den Weltrand rauskomme das ist immer sehr wie konnten wir leuten neu laden keine ahnung oh gott der ist ein Eisenschloss anmelden den oh halbwertsteils 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 rohr für unsere für ein baumfarmen ab sofort für papierbücher damit wir mehr bücher machen können was ich mich wirklich so knapp gestorben ich hatte ein halbes herz so bei mir sind jetzt wenn die folge schon rausgekommen sind irgendwo folge 16 rauskommen schon wird hier wie viel sind da schon heute ist die 17 folge oder so bei mir auch irgendwie so und die erste folge von unserer neuen let's play orx master morgen aus das war heute wenn das video auskommt aber die ist hier schon gestern rauskommen also wenn das hier heraus kommt vor zwei tagen bei mir ich habe ich habe übelst viel im voraus aufgenommen und bei mir kommt jetzt auch noch also wenn das video auskommt ist es schon längst rauskommen aber ich habe da noch so eine farbenrunde gemacht ich weiß bloß nicht mal ob das in der richtigen reihenfolge ist doch müsst eigentlich endlich bald an der hauptinsel wieder an unserer ich habe so ich habe so viel scheiß aufgesammelt redstone blog so viel aber ich würde sagen ich fahre die zweite runde die erste runde boot fahrer die zweite boot fahren aber die dritte runde wird er hat schon wieder interessanter dafür brauche ich minimum drei bücher oder vier sogar weißt du was dich als mein arbeiter jetzt hier einfach arbeiten essen wo bist du auf welcher insel auf der normalen auf unserer heimatinsel ach so das war's aus dem ich würde ich würde mal sagen aber wir verlegen dann unsere gesamte farm richtung zum flug also zum flugzeugträger zwar nicht in den flugzeugträger sondern woanders hin aber ich frage mich ja können wir das irgendwie tarnen das wäre ja irgendwie geil wenn wir das irgendwie so tarn könnten es wäre ich geil da meine sklaven arbeitet wie wäre es mit einem kleid wo geht es hier noch raus kann ich genauer erinnern dass ich hier letzte folge lang gelaufen bin dass ich wieder durch die gegend geholfen bin kann mich ganz genau erinnern aber fragen mich jetzt eigentlich wirklich noch sehr wirklich aktiv aufnimmt wir zwei nehmen immer wieder auf das ist ja gut so aber was mich zurzeit wirklich so nervt ist das wirklich bis auf das pärchen das weiß ich dass das noch aufgenommen hat und ich hätte angefangen hochzuladen bookie und welchem team das ist eine gute fall so ab das problem ist dass die inseln sehr nahe aneinander spawnen das haben wir die flugzeugträger als insel karten hin ich glaube es geht sich da nicht aus wo ist das wieder mein eingang aber ich kann wo ist die hilfe irgendwo muss doch der eingang sein ich weiß dass sie irgendwo am meere wollen dass das aber lekt schon wieder ich habe jetzt kein lecker jetzt geht es ja hier ist der eingang ich bin könnte es mir vielleicht entgegen laufen mit essen ich habe nämlich keins mehr oder da habe ich mir noch wo bist du ich komme gerade von der schneeinsel ja gut das ist mit wenig also ich komme in dem gang von der schneeinsel entgegen dann ja dass ich wieder runter die erst gewachsen nämlich ich habe jetzt gerade meinen letzten essens reserve aufgebraucht vielleicht wird jetzt mal unten wo muss ich jetzt wieder hin ich ganz einfach nur ist so wie du zu ihr zu einem wüsten insel bloß dann einfach den gang geradeaus weiter laufen da ja genau da war es das ist meine sklaven du hast aber nicht die letzte stelle wie letztes mal also du hast mich jetzt früher gesehen hat sich das hast du alles zu bieten kartoffeln schau mal was ich gefunden habe so auf einer insel schutz angel stahl lavakristall lavakristall ja geil mit dem lavakristall kannst du machen dass die älteste folge geschmolzen werden um ehrlich zu sein ich habe keine ahnung wie das funktioniert wo ist denn dann bitte schon deine mine oder meine deine alles gaben ja ich sehe es ist schon dina ich habe nicht sind sie sind meine sklaven warte ich finde meine sklaven nicht mehr ach aus dem ich habe jetzt ich habe jetzt ein verzaubertes schwert hatten mich für gesagt ja alle hierher ja hallo guten tag was soll dein zeug geben du hast nur eine eisenplatte wenn ich fragen darf der ich mir raus und jetzt genommen die haben das bisschen was reingelegt also macht ihr weiter ich glaube ich werde mich dann seelisch auf die abfahrt des so weit das 5 neue dias so wie viel essen können wir im bären oder wie viel essen haben wir jetzt auf reserve weil die reise wird ein bisschen länger ist ja schwer zu sagen obwohl die bratenden kartoffeln machen schon viel können wir sind vielleicht das hier mal noch wenn du den gang mal könntest du vielleicht noch den gang fertig ausbauen welchen gang meinst du die die gang dass wir es schneller runterkommen als mit richtigen treppenstufen ausgleich machen ja ja danach muss ich das erst mal alles einordnen ich muss dann mal dringend noch die bücher um benennen ich brauche mal dringend noch ein paar bücher wir haben 12 ich brauche drei bücher oder sehe ich das jetzt richtig wie viel leder hatten wir wir haben kein leder mehr da ich glaube es lag gerade könnte ich immer obwohl bei mir nicht die man hier steht auf der stelle und bauen immer wieder denselben stein auf machen wir gar nichts wir müssen mal dringend anfangen sortiert wir haben ultimatives chaos eingestellt ich weiß ich setz mal das war mein handy ja übrigens wieder 17 minuten dann würde ich sagen dann muss ich noch schnell nach essens vorräten essens kiste haben wir keine ja ich jetzt viel schrott rede auch ein eisen werkzeug griff wieso das denn müssen außerdem mal dringend unsere sachen erweitern ja zack 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 die kiste brauche ich das kann ich brauche hin dass wir uns 38 dias ok konnte runter die spitzhacke das braucht mal spitzhacke diamanten ich habe keine schaffe wieso habe ich keine schaffe weiß ich nicht aber wir müssen jetzt eigentlich die folge beenden war da lass mich nur schnell kurz die mir noch schnell eine ausrüstung für nächste folge machen sagt schaufel braucht minuten wer braucht man das schaufel und was fehlt noch eine pickaxe habe ich aber schwer pickaxe die stein axt hammer und stein schauf erreicht und ich brauche noch trinken jetzt schnell ich gehe jetzt ja und ich würde auch sagen wir verabschieden uns ist zunächst mal bist du tschüss